Es ist eine Bauer-Aufführung, die sich heute in der Hörer betrachtet. Ich muss genau das Spezielle ansehen. Wir sind also ein Fuchs mit Akkred-Mit-Ranser. Das hat es noch nicht möglich gegeben. Und was auch noch interessant ist, sind drei Generationen Akkred-Spieler. Er ist wahrscheinlich 50 im nächsten Jahr. Ich bin 60-jährig und dann 30 Jahre alt. Was ist, dass ich immer gleich halb? Also nicht so einschätzen. So immer die Gänsten in der Welt. Das ist ein Stossplatz. Wir würden euch als Abschluss noch zum nächsten Mal sagen. Wir sind gekommen. Seid's recht. Dann kommen wir wieder. Ja. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.